Schau! Für mich ist er aber schräger, wenn er jetzt gefahren wäre. Nichts? Ja, ich habe das Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl. Das ist echt nicht ganz alt. Das ist zu sehen, dass die Quietsche vor alles Dormen erusanert ist. Danke, Herr. Oh, das ist ein Schirm. Die Schrauze der Barsche. Diese Schirr zum Schwaub macht sich, Filme gut. Feri, nid nid. Schööööööööööööööööön Weinen Zu beschanter Kräfer Das sieht schon gewöhnt sich aus Gspappé Schööööööööööööööööööööööv- Die crackert Anschluss Lass mich! Ah ja! Jetzt mal ziehen! Lass ab, gut! Und noch klein, noch klein, vorne! Lass ab, gut! 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 So, jetzt sind wir angeduckt. Nehmen wir noch Bier Emil? Jetzt gehen wir weiter. Heute bin ich voll scheinbar. Dreimal korrigiert und dann bin ich wieder raus. Ronek? Nein, ist anders. Jetzt, wo ich gewendet habe, ist es geschafft. Du hast es geschafft, das Ganze. Kannst du noch mal ein Bier? Ja, ich habe ein paar Pläne. Nicht, weil ich nicht mehr Gedanken habe. Dann geht es schon wieder, da gibt es eine Versache. Ich gehe jetzt runter. Jetzt geht es runter. Das kannst du zuhause machen. Auf jeden Fall immer. Da bist du hier drüben. Dann geht es weiter. Hier. Na wissen Sie. Da hinten geht es teilweise. Ich hätte nicht so angehängt, das Pizzeli nur, aber... Ich hätte nicht so angehängt, das Pizzeli nicht so angehängt, das Pizzeli nicht so angehängt.